So, hallo zu einem neuen Video von Apple Apps Tester. Heute zeige ich euch das Spiel Doodle Jump. Das Spiel gibt es in App Store bereits für 9,7 Cent. Ist gerade mal 9,5 MB schwer und wer dieses Game nicht kennt, ist, ja, sagt mal einfach out. Weil dieses Game ist seit, oder im Moment nicht mehr, da andere Spiele billiger gemacht worden sind. Und war auf jeden Fall eine längere Zeit auf Platz 1, beziehungsweise ist noch in manchen Kategorien auf Platz 1. Und ja, im Moment allgemein ist jetzt SimCity auf Platz 1, da es ja gesenkt wurde auf 9,7 Cent. Gut. Doodle Jump, ich denke mal, das Game kennt jeder. Da steht auch Doodle Jump, Achtung, höchste Ansteckungsgefahr. Ähm, ich war davon früher nie überzeugt, hab's mir mal dann einfach gekauft, weil ich's beim Kumpel ein bisschen gespielt hab und ich's gar nicht so schlecht fand. Wie gesagt, also bei mir ist es immer so mit dieser Tiltsteuerung, ich bin da nicht so ein Fan von, weil... Ja, aber bei Doodle Jump ist es ein bisschen anders, also da gefällt mir die Tiltsteuerung. In den meisten Games sind ja die Tiltsteuerung immer so total mies gemacht, finde ich jetzt. So, ähm, ja, zuerst zeig ich euch mal das Menü. Hier sehen wir's. Play, Challenge, Score and States und Options. Erstmal Optionen. Hier sehen wir jetzt Game Mode, Full oder Classic. Äh, Classic ist ohne, ohne, ähm, Jetpack, ohne Gegner, ohne sonst irgendwelche Viecher. Wir machen mal Full. Score Makers, also kann man ausstellen, Global oder Local. Lokal? Local? Naja, ähm, Leaderboard Score Submission, Off oder Automatik, also, denk ich mal weiß jeder, was das bedeutet. Und Direction... Directional Shooting. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das sein soll. Ähm, ich hab's auch nicht wirklich gefunden, was das bedeuten soll, also, das ist für mich ein Rätsel. Wenn's jemand weiß, kann's gerne unten schreiben. Ähm, dann Sounds, On, Off, ähm, und Kalibrieren, also, Kalibrate, Kalibrate, ähm, Automatik oder Manuell. Ich hab's jetzt mal auf Automatik. Dann Score and States, ist klar. Kann man auch im Internet online mit anderen vergleichen. Challenge. Kann man andere, äh, mit anderen Freunden die Ergebnisse vergleichen, also, wer am meisten was hat. So, hier sehen wir's schon. So sieht's aus. Hier ist jetzt ein Trampolin. Man muss ganz einfach immer auf diese grünen Plattformen springen und einfach so hoch springen, also, so weit kommen, wie man nur kann. Diese braunen darf man nicht betreten, die gehen einfach nur kaputt und man kommt nicht wirklich hoch. Eine Feder. Ist auf jeden Fall eine nette Idee und, ähm, vorher gab's natürlich auch schon einige Games, die vor Doodle Jump rauskamen, die ein gleiches Spielprinzip haben, aber Doodle Jump hat bisher wirklich, jetzt halte ich runter. Doodle Jump, finde ich, hat bisher, ähm, wirklich mehr draus gemacht. Einfach von der Optik her schöner, von der Steuerung her, von der Tiltsteuerung her präziser. Und, ich find's einfach schön, um ehrlich zu sein. Also, es ist richtig gut gemacht. Ähm, ja, hier sehen wir jetzt, ich bin runtergefallen, hier hat man, äh, hier sehen wir meine Highscore, meine höchste Highscore, also, ich hab meine eigene jetzt getoppt. Mein Name, ähm, kann man natürlich auch ändern. Ähm, ich lass's mal jetzt bei ATT, für Apple Apps Tester. Ähm, Play Again, Menü, und in Facebook oder Twitter kann man natürlich seine Ergebnisse, ähm, also seine Highscore mitteilen und mit anderen messen, die es auch noch zocken. So, ich hatte mal Doodle Jump schon mal drauf gehabt, aber dann hab ich's wieder weggemacht, weil ich es länger nicht mehr gespielt hab. Jetzt hab ich gedacht, ähm, lade ich mich grad noch mal runter, dann, wenn man ja einmal einen Artikel gekauft hat, kann man ja immer wieder runterladen, das ist ja das Gute. Und, ja, jetzt versuch ich mal meinen Rekord nochmal zu brechen. Oh Mist, diese Schuhe mit den Federn hätte ich gerne. Natürlich wird's immer schwerer, je weiter man nach oben kommt. Jetzt hab ich meinen eigenen vorherigen Rekord gebrochen. Das wird natürlich immer schwerer, immer weniger Plattformen. Wir versuchen auf die blauen Jetpack. Ist nicht schön. Normalerweise kommen auch Gegner, die man grad abknallen kann, indem man auf dem, na, da sehen wir schon eins, indem man auf dem Display tappt. Ist aber jetzt nicht so mein Fall, die Gegner dauernd da abzuknallen. Ich konzentriere mich ja schon alleine da irgendwie hochzuspringen und dann noch gleichzeitig Gegner abknallen. Schon zu viel für mich, da ich ja mit der Killstrahlung zu kämpfen hab. Wie immer ist meine Kamera unscharf, was mich tierisch ankotzt. Ich hab jetzt gerade wieder eine Stunde lang im Internet nachgeschaut, ob jemand das gleiche Problem hat wie ich, aber... Entweder bin ich irgendwie der einzigste auf Erden, der die Kamera besitzt, oder... Keine Ahnung, hey. Ich muss echt zu... Ich muss echt... Oh Mist. Ich muss echt schauen, dass ich mir irgendwie eine gescheite Kamera zuleg. Mein Handy macht ja bessere Aufnahmen, allerdings ist die Soundqualität sehr, sehr mies und... Nee, mich kotzt es einfach an, dass es nicht so präzise ist. Man kann es nicht wirklich gut lesen. Ich werd noch mal schauen, was sich da machen lässt und... Ja. So, das ist Doodle Jump. Wer... Mehr Punkte hat wie ich, kann es gerne unten hinschreiben. Ihr könnt generell eure Highscore unten mal hinschreiben, würde mich mal interessieren, was ihr so schafft. Ich find schon, die 15.000, die ich fast geknackt hab, ist nicht ohne, muss ich mich ja schon konzentrieren. Und... Ja. Das ist ein tolles Game für 79 Cent. Schöne Grafik, lohnt sich, macht auf jeden Fall Spaß. Ich denk mal, nicht für immer, aber so zwischendurch ist es auf jeden Fall super, da ich eh so eher der Fan bin von... kurzen Spielen. Also, iPad raus, App aussuchen, antippen und los geht's. Ähm, ja. Däumchen hoch. Ops. Däumchen hoch und, ähm, ihr könnt gerne noch meine anderen Videos anschauen. Und, ja, viel Spaß damit. Dankeschön. Tschö.